Hallo New York! Chicago! Hallo! Wo sind wir? Detroit! Ich kann dich nicht hören, Maggie! Detroit! Ich kann euch nicht hören, Detroit! Ich bin mit Musik aufgewachsen. Sie ist mein Leben. Ich hab noch einen letzten Song für euch. Wenn man mir mit zwölf gesagt hätte, dass ich mal für Grace Davis arbeite. Sie ist eine Ikone. Geht's dir gut? Seh ich nicht gut aus? Nein, du siehst toll aus. Umwerfend. Ich weiß, dass du denkst, dass sie dir die einmalige Chance gibt und dich zu ihrer Produzentin macht. Ja! Diese Frau kennt noch nicht mal deinen Nachnamen. Doch, tut sie. Manchmal. Margaret! 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 Hi! Ich will meinen Schrank durchgehen und alles spenden, was keine Freude macht. Freude. Voller Freude. Verdammt, dass ich bei ihr immer noch Gänsehaut bekomme. Und Grace, hast du noch mal über die Show in Vegas nachgedacht? Eigentlich denke ich, es wird wieder Zeit für ein neues Album. Ich meine, das ist auch ein Plan. Was soll ich zu ihr sagen? Ich bin zwar nur deine persönliche Assistentin, aber ich würde dich gern produzieren? Woah, woah, woah! Seit zehn Jahren ist keine Grace Davis-Platte erschienen und die Fans sehen sich danach. Hör zu, ich mache meinen Job und du deinen. Du bringst dir Kaffee, Kleenex, Tampons und machst, wofür wir dich sonst noch bezahlt haben im letzten halben Jahr. Du wirst bezahlt? Bist du nicht eine Praktikantin? Mein Leben ist ein Witz! Ich habe ein Demo von deinem Album gemacht. Ich wollte dir und Jack nichts sagen. Hey, hey, ich kann euch hören. Ihr wisst schon, dass da ein verdammtes Mikro drin ist? Ich wollte einfach nur die Chance ergreifen. Für wen hältst du dich? Missy Elliot? Es geht um Vertrauen und um Hingabe. In der gesamten Musikgeschichte hatten nur fünf Frauen über 40 einen Nummer-eins-Hit. Und nur eine von ihnen war schwarz. Es ist nicht zu spät für dich. Ich weiß, dass alle happy sind, wenn ich jeden Abend dieselbe Show abliefere. Aber was, wenn da mehr ist? Ich möchte ein Teil davon sein. Warte, ist das dein Auto? Ja. Frag deinen Chef mal nach einer Gehaltserhöhung. Hallo, wann kommt denn das Essen, Sir? Wie oft denn noch? Wir sind kein Drive-Thru. Sollte es aber sein, könnte es aber sein. Oh mein Gott, ist das Grace Davis? Nein.